Herzlich Willkommen zu Resident Evil 6. Wegen Darkplace habe ich die letzte Aufnahme vorzeitig beendet. Ja, alles ist meine Schuld, natürlich. Ja, muss ja sein. Nein, alles gut, aber halt vorzeitig beendet. Deswegen sage ich in dieser Folge Tschüss aus der letzten Folge. Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Ich glaube ich muss hier irgendeinen Knopf drücken, achja. Ich drücke hier jetzt. Nein, 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 nein. Tschüss. Ja. Ich fahr jetzt ohne dich. Ja, ich komm nicht mehr. Tschüss. Tschüss. Obkommen, obkommen durch. Das beruht auf Gegenwärtigkeit. Kriechern. Haben Sie Ihre Waffe mit rechter Maustaste bereitgehalten, können Sie kriechen. Indem Sie die Leertaste drücken. Kriechern kann dabei helfen… Hallo, Kiste. Gut gemacht. Ja. Ah, hallo, Güter. Brandgranate, dein Gesicht. Oh. Nein. Ich muss sagen, das habe ich nicht erwartet. Weißt du, was ich jetzt erwartet habe? Dass ein Explosive-Fall explodiert. Oh, du bist schon tot. Geh mal hin, geh mal hin, geh mal hin, geh mal hin. Uhuhuhu, das war lustig. Krass. Ich habe mich über dich lustig gemacht. Ja, du wirst davon sterben. Ja, ich weiß, das war ich schon immer. Warte mal, ich habe eine Idee. Du hast gar keine Idee. Aua. Ach, da habe ich auch eine Idee. Guck. Das ist das ohne Verstehen. Rassian lügt ja immer noch. Nee. Und da hat uns die Tür geöffnet. Auch ein geiles Ding. Nein, 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 hier ist man gut. Hier hinten. Nicht weitergehen, Sack, ja? Dann schlag ich nicht. So, du schlägst nämlich, willst du mir nach Hause kommen. Hast du das Schlangenabzeichen gesehen? Nein. Glaubt das? Ich, das hatte, selbst ich noch nicht mal. Wo ist das Schlangenabzeichen? Da drüben, hinter den Fetten. Ja. Das hatte nicht mal ich, das habe ich gesagt. Ich habe es nicht getroffen, das hat mein Explosivfighter dann am Ende erledigt. Oh, ich habe so viel Schuss auf der Pistel. Aber dafür keine andere Schuss. Tagesordnungspunkt 1, Schlüssel finden. Tagesordnungspunkt 1, Schlüssel finden. Oh, ich habe ihn gefunden. Schlüssel finden, ich habe ihn gefunden. Ey! Ne, laufe doch nicht in den Weg, bin ich da. Ich gehe in die Tür ab. Ich zeig dir jetzt mal, wer hier wo war. Ich habe einen Fettsack gehört. Ach, Leon, sind Sie in den Müllschlucker gesprungen? Ach, Leon, sind Sie in den Müllschlucker gesprungen? Alter. Ich hätte mir mein Gefeil tun und mich in Ruhe. Du bist tot, oder? Nein. Warte, Explosiv, weil... Du verschwendest jetzt kein Explosivfighter. Warum? Weil der jetzt sowieso schon tot ist. Ja, jetzt... Kannst du mit dem Messer schon gefehlen? Nicht Munition verschwenden. Ich verschwende keine Munition. Sind Sie in den Müllschlucker reingegangen, oder was? Ja. Äh... Alter. Alter, ich bin richtig hart ausgewicht. Oh, es ist das denn für den Arschloch. So. Ich weiß nicht. Ich habe zufällig rechte Maustaste gedrückt und bin dann einfach über den rüber gesprungen. Das hätte ich zu sehen müssen. Das ist ja... Das sieht... Ja, du kannst es natürlich öffnen, oder was? Kannst du da was rausnehmen? Ja, aber ich konnte es nicht öffnen. Ja, okay. Tvv, du hättest es jetzt übersehen. Ja. Tvv. Ja. Habe ich übersehen nichts. Und schon wieder rüber gesprungen. Ich kann auch ein Schnellschuss mit. Hinter ihm ist eine Schwachstelle. Das kann man nicht sehen. Hast du diesmal gesehen, wie ich über ihn rüber gesprungen bin? Ja. Hätte ich auch gerade eben auch machen können, aber ich habe zwei Aromen. Ich bin voll... Oh, hier ist wieder was. Habe ich das Schlangenabzeichen schon? Oh, nicht mal getroffen. Oh, weg da. Ja, das hatte ich schon. Wo geht's denn tief, mal her? Man nimmt irgendwas vom Schlangenabzeichen. Erstmal hier hoch. Gibt man denn nur in den, was man alles sammelt hat. Da ich hätte nicht existieren, dann hätte ich es getriggert. Das heißt, ich hätte einfach durchlaufen. Ja. Dann lauf einfach durch. Ich zerstör hier noch ein paar Kisten. Was? Kisten? Ja, mit schöner Schroten, Muni, die ich hatte. Nein, 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 nicht durchlaufen, nicht durchlaufen. Ich lauf auch nicht durch. Ich zerstör hier schon die Kisten. Also hier... Erst durchlaufen, wenn ich es zu sagen. Dann hoch. Hast du dich verstanden? Ja, ich hab dich verstanden. Du wolltest ja am Anfang durchlaufen. Erst durchlaufen, wenn ich es sage. Okay. Ich will doch noch ein bisschen, was ich übersehen habe. Die Kiste kannst du locker auch aufmachen. Welche? Hier. Hier kann man auch. Genau. Hab ich übersehen. Hier kann man auch noch aufmachen. Ja. Du hast schon übersehen. So, ich lauf zuerst durch. Okay. Wenn ich drüben bin, sage ich dir Bescheid. Okay. Ich hab Kist, als ich nicht drüben bin. Aber ich will die Kisten. Das hätte auch warten können. Wenn die Trüger... ... Alle Balls bleiben gesperrt, wie mit Sicherheit bestätigt wurde. Na, guck. Hab ich mir gesagt. Der sieht cool aus. Dann hättest du jetzt alleine Käpte drauf. Was sprichst du jetzt um? Hab ich Lücken bei einem Granaten mäßig? Nein, hab ich natürlich nicht. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Alles deine Schuld. Nein. Alles nur wegen MacDonalds. Du hast recht, es ist meine Schuld. Du hast zu viel MacDonalds gefressen und jetzt ist das hier passiert. Du hast recht. Du musst die Katastrophe wirklich abgeladen. Du hast recht. Es ist meine Schuld. Du hast zu viel, weil ich ihn getötet habe. Du hast zu viel, weil ich MacDonalds gefressen. Dass ich ihn getötet habe. Es wirklich meine Schuld. Du hast bestimmt auch mal gebraucht. Wie viele von denen gibt es noch? Vielleicht nicht. Vielleicht zwei. Das kann ich ja nicht löpfen. Ich glaube, er macht jetzt einen... ...Ein... 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 Der eine ist tot. Der andere auch. Gut. Ich hätte es durchgeschafft. Du bist noch nicht gekommen. Ich bin gekommen. Oh Mann, Saga. Jetzt gucken wir uns ein Video. ...Hörst du was, Saga? Ja. Dann mach mal Werbung für deinen Merch. ...Hörst du was, Saga. Für deinen Merch, der nicht existiert. Ja, mach mal Werbung. Ich glaube, der ist die neuen Merch von Saga. Mit einem Penis drauf. Nee, ich finde den... ...Hörst du was. ...hörst du... ...hörst du was. Wirklich. Hm. Sieht aus wie ich. Kein Wunder, dass Leon verwirrt ist. Ja, es war sehr aufschlussreich. Was meinen Sie? Liege ich falsch oder sind das nicht Sie auf diesem Band, Ada? Sie stecken hinter Neo-Umbrella. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Simons würde sich niemals in die Karten schauen lassen. Er und seine Familie wollen nur eins, das System stabilisieren und erhalten, das sie geschaffen haben. Aber Sie, Sie wollen es zerstören. Und die Welt wird Ihnen die Schuld geben. Sie will ein Spiel. Sie bekommt es. Mit der echten Ada One. Wer ist da? Eine Freundin, Simons. Ada One. Ada? Sparen wir uns die Floskeln und kommen zum Punkt. Die nette Doppelgängerin, die Sie erschaffen haben, hat mir erzählt, dass sie die Welt zerstören will. Was? Das Rennen hat begonnen. Mal sehen, wer am Ende siegt. Ja, und die geht da geschickt raus. Sag also, du solltest mal wirklich so ein Merch machen, oder? Ja, sollte ich mal. Mit so'n Penis draus. Mit so'n Penis draus. Oh, ich hab die mal gewonnen. Du hast aber mehr Tode. Aber ich hab die bessere Genauigkeit. Genauigkeit ist das Wichtigste hier, das ist ja klar. Ja, das seh ich auch. Weil du hast die bessere Genauigkeit, ich hab aber weniger Tode, die Zeit ist gleich, ich hab mehr besiegte Feinde. Genauigkeit ist ja irgendwie das Wichtigste. Na, egal. Ja, du hast mehr besiegte Feinde und ich hab mehr Tode, aber wegen meiner Genauigkeit hab ich's geschafft. Ja, okay, also ich würd sagen, wir machen hier noch mal ne kleine Pause, äh, und das geht gleich weiter. Also, ich beend' dir meine Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich.